Die Klinik für allgemein Visceral- und Thoraxchirurgie im Klinikum Leverkusen ist auf Operationen im Brust- und Bauchraum spezialisiert. Mit der Qualität des Eingriffs steht immer die höchstmögliche Sicherheit des einzelnen Patienten im Vordergrund. In der Klinik kommen modernste OP-Techniken zum Einsatz. Hightech auf der einen und Patientenorientierung auf der anderen Seite sind Teil der Philosophie der Klinik. Im Mittelpunkt steht hier immer der einzelne Patient. Selbstverständlich gehört eine intensive Patientenaufklärung, in der die operativen Verfahren detailliert erläutert und besprochen werden, zum Standard. Basilsport, der drei Zugänge hat. Einer wird für die Kamera benutzt und die anderen beiden werden für die Instrumente benutzt. Ein großer Teil der Operationen wird in der Klinik minimalinvasiv durchgeführt, mit der sogenannten Schlüssellochtechnik. Neben den ganzen klassischen Operationen aus dem Bauchraum und auch dem Brustraum wird in der Abteilung ganz besonders die minimalinvasive Chirurgie gepflegt. Mit der minimalinvasiven Chirurgie ist heutzutage fast jede Operation im Bauchraum über einen sehr kleinen Zugang möglich. Dieser schont den Patienten maximal und ermöglicht auch eine sehr schnelle Rekonvaleszenz. Spezielle Instrumente und eine Optik in HD-Technik bieten den Chirurgen optimale Bedingungen. Eine weitere Verbesserung bedeutet die SILS-Technik, mit der es möglich ist, durch nur einen Schnitt am Bauchnabel über einen Port Kamera und Instrumente in den Bauchraum zu bringen. Und auch natürliche Körperzugänge können für schonende OP-Verfahren genutzt werden. Voraussetzung für erfolgreiche chirurgische Eingriffe ist immer eine sorgfältige Diagnostik in der Vorbereitung. Die Klinik arbeitet dazu eng mit verschiedenen Fachdisziplinen im Klinikum, dem Gesundheitspark Leverkusen sowie aus dem niedergelassenen Bereich zusammen. Ein Beispiel ist die Radiologie, in der die unterschiedlichsten bildgebenden Verfahren zur Verfügung stehen. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit über Abteilungsgrenzen hinweg ist für alle Behandlungen wesentlich. Dies gilt gerade für die Behandlung von Krebserkrankungen. Einzelne Kliniken haben sich mit externen Leistungserbringern im Gesundheitspark Leverkusen zu onkologischen Zentren zusammengeschlossen. Zum Beispiel das renommierte Darmzentrum, zu dem auch die Visceralchirurgen gehören. In regelmäßig stattfindenden Tumorkonferenzen werden die einzelnen Therapieschritte aufeinander abgestimmt. Eine wesentliche Bedeutung der erfolgreichen Therapie von Krebserkrankungen kommt neben Strahlen und Chemotherapien der operativen Entfernung des Tumorgewebes zu. Die Klinik kann das gesamte Spektrum moderner Tumorschirurgie anbieten. Und auch innovative Verfahren stehen den Patienten zur Verfügung. PIPAK zum Beispiel. Ein OP-Verfahren, bei dem bereits während der OP Chemotherapie direkt im Körper zur Anwendung kommt. Das Klinikum gehört zu den ersten Häusern weltweit, die dieses Verfahren einsetzen. Wir haben in unserer Abteilung unterschiedliche Schwerpunkte, die auch durch entsprechende Experten vertreten werden. Das ist einmal die kolorektale Chirurgie, also die Behandlung von entzündlichen, chronisch entzündlichen und Tumorerkrankungen von Dickdarm, Enddarm und Analschließmuskelbereich. Sowie die onkologische Visceralchirurgie, also die Behandlung von Tumorerkrankungen von Lunge, Speiseröhre, Magen, Bauchspeicheldrüse, Leber und des Bauchfells. Abgerundet wird das umfassende Angebot durch die endokrine Chirurgie von Schilddrüse und Nebenschilddrüsen, die Hernienchirurgie und die Behandlung von chronischen Darmentzündungen. Gerade hier kooperieren die Chirurgen mit den Gastroenterologen im Haus. Eine weitere Besonderheit ist die Betreuung von Adipositas-Kranken, also stark übergewichtigen Patienten. Das Therapiekonzept geht weit über eine eventuell notwendige chirurgische Magenverkleinerung hinaus. Eine ganzheitliche Behandlung gemeinsam mit externen Partnern wie einer Adipositas-Schwerpunktpraxis, Psychologen, Ernährungsberatern und Physiotherapeuten. Für die adipösen Patienten wird in diesem zertifizierten Zentrum ein individuelles und nachhaltig wirkendes Behandlungskonzept vereinbart. Neben der Ernährungsumstellung unter fachlicher Anleitung gehören auch Bewegungstherapien, zum Beispiel Wassergymnastik, im Physiozentrum des Gesundheitsparks dazu. Für stationäre Aufenthalte stehen der Klinik verschiedene Bereiche mit modernen und komfortabel eingerichteten Zimmern zur Verfügung. Schauen wir nochmal, was die Werte so machen. Alles in Ordnung, sehr gut. Zweiter Postoport, die wir da. Naja, wie schaut's aus, nach dem minimalemassiven Eingriff, ganz gut auf die Beine gekommen. Dann können wir sie ja bald nach Hause lassen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Das Klinikum im Gesundheitspark Leverkusen. Top-Medizin für das ganze Leben. Ein Krankenhaus der regionalen Spitzenversorgung mit Einrichtungen für hochqualifizierte Diagnostik und Therapie. Mehr als 2000 Mitarbeiter in zwölf Fachkliniken, zahlreichen Zentren, Instituten und Abteilungen im Service und der Verwaltung, für die der einzelne Mensch im Mittelpunkt steht. Das Klinikum Leverkusen. Ihr Gesundheitspartner im Rheinland.